ja hallo schön dass ihr wieder da seid heute testen wir mal hier eine sonnenbank so hier kann man auswählen einmal die zeit so vorlaufzeit 180 sekunden also drei minuten das ist das gute stück hier und zwar ist das hier das modell ergo ein relativ neuwertig erst vor monaten installiert worden so hier hat man dann ein menü mit drei tasten zum auswählen und zwar unterscheiden die sich darin dass man hier wählen kann zwischen beauty das ist drastisch beauty ausgewählt das gerät startet in wenig automatisch oder durch drücken der starttaste pure beauty heißt dass man hier circa 70 prozent kollagen und 30 prozent sonnenstrahlung hat also kollagen aufbau das heißt also hautstraffung dann hier in der mitte das ist dann 50 und dann hier nochmal das andere logischerweise dann 30 prozent kollagen und 70 prozent sonnenstrahlung das ist aber abhängig davon wie man schon vorgeräumt ist entsprechend logischerweise hier kann man auch noch mal drunter schauen das ist also sauber aufgeräumt das display so dass man hier entsprechend dann hier hin kann ja insgesamt macht es einen wirklich tollen eindruck hier das ist auch ein bisschen Vielen Dank. Vielen Dank.